Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und heute schauen wir uns mal einfach mal 5 interessante Positionen an, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, die ihr unbedingt mal ausprobieren wollt, wenn ihr das nächste Mal ein Playthrough bei Crusader Kings 3 macht. Nachdem ihr das Video angeschaut habt, sucht euch mal eine Startposition aus und erzählt mir mal von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen, was ihr so alles erlebt habt, ob das Ganze geklappt hat oder ob ihr komplett auf die Fresse bekommen habt. Wenn ihr das gerne mal in Action sehen wollt, kommt bei Twitch vorbei, da fangen wir bestimmt mal eins von diesen Playthroughs an. Ansonsten schaut euch Tutorials auf meinem Kanal an, aber schnacken wir nicht dran drum rum. Gehen wir direkt mal rein. Als erstes gehen wir nicht ganz zu hart rein, sondern wenden uns einfach mal einer besonderen Religion zu, nämlich dem Judentum. Das Judentum ist auf der Karte auf mehreren Positionen vertreten. Ihr wisst es vielleicht, dass unten in Äthiopien einmal der Haim Manot vorhanden ist als Glaube, wenn ich es falsch ausspreche, Pech gehabt. Oben finden wir dann noch Kusaritisch, der Klassiker der Steppenjüdischen Gemeinschaft. Und wir finden tatsächlich hier eine einzigartige Grafschaft, ein Rabbinisch. Nur diese Grafschaft hat diesen Glauben Rabbinismus, keine andere. Bietet sich also genial dafür an, eine Herausforderung zu machen im Sinne von verteidigt ihr eine Religion. Genauso wie das Gebiet in Äthiopien, auch der Kusarismus, wobei der deutlich einfacher ist als Rabbinismus oder Haim Manot, aber vor allem Rabbinismus. Die interessantere Sache dabei ist sogar, dass dieses Gebiet hier auch noch eine besondere Kultur hat, die es sonst nirgendwo gibt, nämlich Radanitisch. Und diese radanitische Kultur bietet eine besondere Fähigkeit, die ihr sehr schwer finden könnt, außer ihr habt halt eine radanitische Person, und zwar die Diaspora. Da kriegt ihr automatische Verwaltung und Bildung dazu, habt eine höhere diplomatische Reichweite und kein Mal ist durch andere Kultur. Was eben sehr spannend sein kann. Ihr habt auch noch andere Traits, wie die Verteidigungstaktiken, die wir ja kennen. Hier haben wir einen besonderen Twist, ihr seht ein anderes Symbolus da, und ihr könnt ein besonderes Kriegsvolk rekrutieren, die Shomrim, die leider nur Plänkler sind, aber sie sind zumindest einzigartig im Spiel, dass wir sie nur über diese Verteidigungstaktiken, Kulturtraditionen bekommen können. Ihr seht auch eine recht ausgebaute Kultur, nur hier finden wir das. Um Xenophil zu starten, ist natürlich auch schon mal extrem stark, wodurch Mischkulturen einfacher werden. Und welche Herausforderungen bieten sich dann? Wir können natürlich hier bleiben und sagen, hey, wir werden uns hier ausbreiten und sagen, wir nehmen das russische oder Volga-Ural-Territorium ein und verteidigen einfach unsere Religion gegen die Christen und die Moslems. Und das würde es eigentlich schon bringen, da ihr nämlich auch hier unten in dem Gebiet ein kleines Feuchtgebiet habt, könntet ihr tatsächlich dahingehend eure Kultur anpassen und da spezialisiert darauf eingehen, um vielleicht da einen Mehrwert zu bekommen. Wenn ihr das Ganze noch spannender machen wollt, schnappt ihr euch euren rabbinischen Glauben und eure radanitische Kultur und wandert damit aus nach Ostafrika. Und erobert euch irgendwo ein Königreich, um den folgenden Erfolg Betta Israel durchzuführen. Betta Israel, könnt ihr unten sehen, ist ein schwieriger Erfolg. Müsst ihr als jüdischer König in Ostafrika eure Kultur abspalten. Das geht natürlich auch, indem ihr unten mit diesem jüdischen Volk anfangt. Vorsichtig, das ist zwar einfacher, weil ihr direkt da seid, aber ihr seid hier tatsächlich einem Lebensherr Treue schuldig, der euch jederzeit absetzen kann, weil ihr eine falsche Religion folgt. Denn der ist koptisch und ihr seid als einziger Herrscher hier unten tatsächlich jüdisch im Glaubens. Habt ihr den Erfolg, ob jetzt mit Rabbinisch oder mit Heimanoth, könnt ihr natürlich auch sagen, ich will meine Heiligenstätte erobern. Bei Heimanoth wäre das eben tatsächlich direkt in eurem Gebiet, was das Ganze natürlich nochmal extra cool macht, weil ihr tatsächlich schon eine Heiligenstätte für euch habt. Beim rabbinischen Glauben müsstet ihr dann tatsächlich hier unten nochmal alles erobern, also im Prinzip das ganze Arabische und Ägyptische Reich brechen, um eben eure fünf Heiligenstätten zu haben, um wirklich zu zeigen, dass ihr Jerusalem, also eure Heimstadt, eure Religion, zurückerobern könnt und euren Glauben gegen alle Widersacher verteidigen könnt. Und damit die Diaspora, die Vertreibung in fremde Länder endgültig beenden könnt. Wer sich eine Herausforderung stellen will, der bei einem tollen Titel gründen will und noch einen Erfolg, der sehr schwer es leisten will, plus eine extrem seltene Religion gründen will, der sollte sich Richtung Persien bewegen und zwar, ihr seht schon angewählt, in das Gurid-Territorium hier unten. Und ich spreche die Namen dieser beiden Personen nicht aus, die hier zur Verfügung stehen. Wir sind 867 am 1. Januar und finden hier einmal einen Herzog oder einen Grafen, wer es extra schwierig haben will, die tatsächlich beide der Gurid-Familie angehören. Warum ist die Gurid-Familie so wichtig? Erstmal seht ihr, die Prachtstufe ist obskur. Das bedeutet an sich keine sehr große, wichtige Familie, aber ihr könnt damit ein interessantes Achievement erringen. Zusätzlich zu all dem, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr auch, wenn ihr den DLC für das Persische Reich habt, im iranischen Internet so mitmischen und euch da austoben. Wer es nicht hat, der kann das einfach ignorieren. Wir sind jetzt einfach mal als der Herzog reingestiegen, weil ich euch zeigen will, was hier alles möglich ist. Für erst einmal ist folgender Erfolg möglich, den ich hier schon freigeschaltet habe und den ich euch einmal zeigen will. Und zwar könnt ihr hier das Gurid-Reich herstellen. Jetzt seht ihr schon hier, der Aufstieg der Guriden beginnt 867 oder 1066 als der Herzog von Gur und erobert die Region historisches Guridenreich. Und dann klickt ihr drauf und könnt dann mal sehen, was eure Herausforderung ist. Ihr seht schon, ihr müsst bis unten Richtung Bangladesch alle Gebiete einnehmen und auch nordindische Gebiete plus sehr viele persische Gebiete. Was euer Großziel wäre, um eben hier ein schönes Ziel für das Spiel zu haben. Aber damit nicht genug, das ist erst der erste Teil der ganzen Geschichte. Denn neben diesem Reich, was ihr da gründen könnt, könnt ihr auch noch als Entscheidung das Baktische Reich wiederherstellen lassen, das Kaiserreich von Baktrien. Und zwar könnt ihr für die baktische Überlegenheit sorgen. Dann müsst ihr einfach die gesamte Region Baktrien kontrollieren, die hier wiederum liegt. Ihr seht bis Norden Richtung Sammanit und auch weiter in persisches Territorium. Wenn ihr das kriegt, könnt ihr auch Baktrien kontrollieren. Ihr müsst allerdings auch aufpassen, dass ihr dann eine von den verschiedenen Religionen hier habt. Das könnt ihr sonst nicht machen. Das heißt, die Religionsgründung, die ich euch noch vorschlagen würde, solltet ihr erst später machen. Ihr könnt aber natürlich auch immer hin und her switchen. Dann könnt ihr das Baktische Reich gründen, wodurch ihr nochmal einige Vorteile habt. Und hier zum Beispiel diesen Königshaushalt kriegt, was Entwicklungszuwachs massiv nach vorne bringt. Und erst danach das Gurid-Reich wiederherstellen. Was eine extrem interessante Geschichte ist und auch nicht ganz so einfach ist, weil noch gerade Nordindien bietet großen Widerstand. Wer sich dann sagt, hör mal, das ist mir noch immer nicht genug, da ich möchte noch mehr aus diesem Spiel rausholen, noch mehr aus dieser Einenfamilie rausholen. Dann habe ich noch einen ganz besonderen Schmankel für euch. Und zwar gibt es hier eine Religion, die hier nicht vorhanden ist und die ihr gründen könnt. Ihr seid erstmal buddhistisch, damit müsst ihr schon mal den dharmischen Pazifismus überwinden. Viel Spaß damit. Aber ihr könnt auch zu einem anderen Glauben konvertieren, der eben auch baktischen Ursprungs ist. Und zwar zum Zunismus. Und wenn ihr euch den Zunismus anguckt, seht ihr, dass innerhalb des Reiches von Bakterien und des Gurid-Reiches alle heiligen Städte zu finden sind. Alle vier. Eine einzige tatsächlich eben nicht. Die würde uns aber noch nicht weiter interessieren, ehrlich gesagt. Wobei sie gar nicht schlecht ist. Also wenn ihr noch einen Challenge haben wollt, könnt ihr auch noch Richtung Ägypten oder Arabisches Reich ausbreiten. Aber ihr hättet hier vier heiligen Städte, die diesen Zunismus bieten. Und ihr seht, wenn ihr jetzt dahin konvertieren wollt, einfach mal aus dem Stil greift, dass das Ganze 619.000 Frömmigkeit kosten würde. Was eine recht gute Herausforderung darstellt. Ich würde euch hier jetzt keinen Tipp geben, wie ihr das genau machen könnt. Und das wäre eben die Challenge, die ihr euch zusätzlich noch geben könnt. Wie kann ich diese Religion tatsächlich gründen? Warum diese Religion so interessant ist, liegt eben daran, dass wir die vier heiligen Städte alle bekommen werden. Und ihr könnt, und da gebe ich euch diesen Tipp, gebe ich euch mit, im Multan eines der stärksten Gebiete. Im ganz persischen und auch ein bisschen indischen Bereich finden. Und zwar hier unten, seht ihr schon, ist viel Ackerland vorhanden. Das heißt, ihr könnt ein Exodus betreiben und euch hier erstmal diese verschiedenen Herzogtüme holen. Also Baranusama oder Gujar. Und dann mit diesen verschiedenen Gebieten arbeiten. Plus ihr kriegt in diesem Gebiet dann noch eine, hups, noch eine heilige Städte. Als Sondergebäude für eben nur den Zoonismus, keinen anderen Glauben. Das heißt, ihr müsst erstmal dann überlegen, wie kann ich den Zoonismus gründen. Und dann habt ihr auf jeden Fall ein gigantisches Playthrough, wo ihr alles mögliche erreichen wollt. Ihr könnt einen Kaiserreich hier oben bilden. Ihr könnt das Guridreich wieder herstellen. Ihr könnt im Intermezzo mitmachen. Und ihr könnt eine der schwerst zu gründenden Religionen gründen. Wie? Das könnt ihr dann selber probieren. Das ist auf jeden Fall einer der absoluten Top-Staats, wo man wirklich auch Entwicklung spielen kann. Wo man Bergwüsten spielen kann, im Ackerland spielen kann. Man hat sehr viel Potenzial. Viel Spaß damit. Ein weiterer interessanter Start führt uns tatsächlich Richtung Afrika wieder. Da haben wir diesmal nach Westafrika. Und nicht irgendwie auf Landmasse, sondern Richtung Kanaren. Wir sehen nämlich hier drei Gebiete. Da oben haben wir Madeira. Hier unten haben wir halt die anderen kanarischen Inseln. Und diese kanarischen Inseln bieten etwas ganz Besonderes. Nämlich eine einzigartige Religion. Wenn wir jetzt einfach mal hineingehen, dann können wir sehen, dass diese Religion nur hier zu finden ist. Nirgendwo anders. Es gibt also ganze drei Grafschaften. Also diese drei Inseln, die wir hier haben. Oder Inselgebiete, die wir haben, die diese Religion haben. Sonst nichts. Und sie bieten die interessanten Mechanismus, dass wir tatsächlich nach Tunesien, Spanien und Ägypten kommen müssen, um unsere Heiligenstädte zu bekommen. Wenn wir eben bei dieser Heiligenstädte bleiben wollen. Was sehr, sehr interessant ist. Die haben auch, wie ihr sehen könnt, recht besondere Boni. Zum Beispiel Kriegsvolksunterhalb pro Schecken. Minus 0,20. Null Titelschaffungskosten werden geringer. Wir haben mehr Schrecken generell. Und das sind so Sachen, die wir kaum irgendwo anders finden. Das hier schon mit der Bildung pro Hingabestufe ist natürlich auch sehr mächtig. Was mir hier im Nachhinein beim Editieren auffällt, ist, dass die Kanarchen die einzige Stachposition ist oder sind, die ich tatsächlich als Stammesregierung hier vorgestellt habe. Natürlich ist generell der Tipp, wenn ihr richtig Bock auf eine Herausforderung habt, nimmt Stammesregierungen. Bei den gewissen Erfolgen, die ich euch vorgestellt habe, ist das nicht möglich. Bei den jüdischen Fraktionen gibt es allerdings die kursaritischen Stammesherden. Die könnt ihr auch nutzen, wenn ihr noch eine extra Herausforderung haben wollt und euch erstmal feudalisieren wollt. Das ist natürlich immer interessant, weil es eben einfach für euch, je nach Level, wo ihr euch gerade befindet, nochmal eine extra Herausforderung bietet. Aber damit nicht genug. Außerdem können wir zusätzlich zu dem interessanten Glauben noch eine besondere Entscheidung treffen. Und zwar die Kanaren konsolidieren. Wir können, wenn wir alle Gebiete hier behalten und dann eben den Herzogtitel Kanarische Inseln tragen, können wir und uns feudalisiert haben, was auch noch eine recht spannende Sache ist, weil wir hier noch Stamm sind, können wir das Königreich von Kanarischen Inseln, also der Kanarischen Inseln gründen, kriegen dafür 750 Prestige und haben einen neuen einzigartigen Titel erreicht, den wir vorher nicht haben könnten. Ihr seht, wir brauchen auch einige Sachen, die wir da erfüllen müssen. Wie gesagt, auch feudalisieren müssen wir tun, um eben dahin zu kommen. Und dann von da ausgehend oder zwischendurch könnt ihr richtig schön in Spanien eindringen und tatsächlich euch Cartagena hier unten gönnen als Heiligenstätte, die wir hier unten finden. Und diese Heiligenstätte dann tatsächlich dafür nutzen, um ins Spanische Intermezzo oder wie es halt mal heißt, Zwischenspiel hineinzukommen, um da tatsächlich mitzumischen. Ihr dürft allerdings nicht den Glauben ändern, also müsst ihr schauen, wie ihr das genau macht. Ihr könnt auch einfach aus Spaß sagen, ich erober komplett Spanien und beende damit dieses Intermezzo mit meiner Religion. Könntet ihr auch die Religion ablegen und dann eben hier eine Religion nehmen, um euch auf jeden Fall in dieses Zwischenspiel hineinzubringen. Und von da aus könnt ihr dann sehr schön Tunesien angreifen und als vielleicht letztes Ziel Ägypten oder das Arabische Reich von innen heraus zerstören, um eure Religion wirklich nach vorne zu bringen. Das ist ein sehr interessanter Start, damit kann man sehr gut auch mit den Spanien in Mischkultur machen und da die starken Vermächtnisse nutzen, um ein sehr starkes Stadtspiel zu spielen. Sehr interessant, sehr einzigartig, gerade eben weil es so abgelegen ist und eine einzigartige Religion bietet. Der nächste interessante Startpunkt ist im tibetanischen bzw. indischen Bereich. Jetzt haben wir hier zwei Religionen, die sehr selten sind, und zwar Kirateismus und Eumaneismus. Hier sind generell viele Religionen, die sehr interessant sind, also da könnt ihr euch auch generell austoben, aber diese Heiligenstädte sind halt sehr nah im Himalaya-Gebirge zu finden, weswegen sie recht spannend sind und dadurch ein Unterschied sind zu den klassischen Bönpoisch, was wir hier oben finden in verschiedener Formen, wobei das natürlich auch interessant ist. Ihr könnt da also auch durchaus machen. Diese Grafschaften hier, das sind tatsächlich nur diese paar, die wir hier finden. Mehr ist nicht in diesem Glauben drin, ihr haltet hier unten sogar die Chance, einen Graf zu spielen, der komplett unabhängig ist und schon eine Heiligenstädte von eben diesem Glauben hat. Was sehr interessant ist. Ihr seht aber unten rechts, ich bin 1066 reingegangen, das war das ein Grund, denn wir können auch einen Achievement hier machen, das geht aber nur, wenn wir der Pukyel-Dynastie angehören. Und das Problem ist, in 866 sind das eigentlich, oder 67 sind das eigentlich nur Könige und das ist ja ziemlich langweilig. Gehen wir mal auf das Achievement, wir sehen das hierbei schwierig und dann sehen wir hier unten Ud-Shenpo, habe ich schon erreicht, mit der Pukyel-Dynastie das tibetische Reich neu gründen. Erstmal denkt man ja, okay, ein Reich nicht so schwer, aber das tibetische Reich ist tatsächlich ziemlich lächerlich groß, wie ihr hier sehen könnt. Und man braucht 137 Grafschaften tatsächlich, variiert, wir sind hier bei Rang 4 Legitimität, deswegen sind es eigentlich sogar, ich glaube, 149 Grafschaften. Auf jeden Fall eine riesige Summe, die ihr da erreichen müsst und das halt alles in sehr starken Gebirgengebiet, was das Ganze natürlich sehr interessant macht. Ihr habt sehr viele Berge, sehr viel Hügel und dann kommen im Norden auch noch Wüsten hinzu, wobei ihr wahrscheinlich euer Kerngebiet vor allem in Bergen habt. Was ihr halt benutzen könnt, um besondere Kulturen zu erstellen und besondere Religionen zu erstellen. Ja, wir kommen jetzt zur Pukyel-Dynastie und zwar ein Königsspiel in Pukyel, also generell ein Königsspiel ist halt viel zu einfach. Könnt ihr natürlich auch machen, dann könnt ihr auch 867 anfangen und dann vielleicht diesen Glauben annehmen und so ein bisschen verteidigendes Glaubens spielen, um hier unten einfach die nordindischen Bereiche einzunehmen und hier oben den Himalaya-Bereich einzunehmen. Wenn ihr den Erfolg machen wollt, könnt ihr hier in 1066 tatsächlich eine Person spielen und das wäre, ach okay, gefunden. Und zwar hier findet man die Person, der hat schon zwei Grafschaften zwar, aber das ist das Beste, was wir daraus machen können, dass es nicht ganz so einfach ist. Und diese Person ist tatsächlich in Nangeschulischen Glaubens, ihr könnt aber dann eben konvertieren zu einem von diesen besonderen Glaubensarten, wenn ihr Bock dazu habt. Erstmal das Gebiet hier einnehmen und euch dann Richtung tibetanisches Großreich aufmachen. Natürlich ist Nangeschulisch an sich auch recht interessant. Wir haben halt hier auch einiges im Himalaya, von daher ist es jetzt nicht das Schlimmste. Könnt ihr halt entweder diesen Glauben nehmen, der auch hier oben halt vor allem vorhanden ist, aber eben wesentlich größer ist, dadurch wird es etwas einfacher. Oder ihr könntet eben den Kiratismus, der auch unreformiert ist, was ziemlich hart ist, oder den Jumaismus nehmen, der auch unreformiert ist und dadurch wird das Ganze natürlich noch etwas schwieriger machen. Dann habt ihr die Möglichkeit, das tibetanische Reich zu gründen mit dieser Herausforderung und habt eine interessante Religion, die ihr dabei nutzen könnt. Plus eben die Möglichkeit, eure Expertise vom Gelände zu überprüfen, wie gut kann man einen Berg ausbauen, wie viel Entwicklung kann ich da rausholen, was ist da möglich. Denkt daran, Berge kriegen minus 25% Entwicklung. Aber ich kann schon mal sagen, wenn ihr das geschickt macht, könnt ihr da einiges, einiges herausholen. Und zwar so sehr, dass ihr tatsächlich sehr gut Entwicklung pushen könnt. Wenn ihr wirklich Bock auf was anderes habt, könnt ihr natürlich auch statt den Glauben anzunehmen oder nachdem ihr den Glauben vielleicht reformiert habt, auch gerne in einen hinduistischen Glauben abweichen und dann den Erfolg sieben heilige Städten. Denn die Hinduisten haben sieben heilige Städten erfüllen und dann müsst ihr einfach als hinduistische Herrscher alle Städten halten. Wäre eben auch eine Alternative, wenn man erst das Himalaya-Gebirge gerockt hat, kann man sich dann Richtung Süden wenden und Indien erobern. Macht eigentlich auch ganz gut Bock, vor allem, weil es eine Herausforderung ist, da in dem meistens recht stark ist. Der letzte Startpunkt führt uns zurück, wieder ein bisschen mehr Richtung Europa. Aber natürlich nicht nach Europa, das ist zu langweilig tatsächlich. Deswegen nehmen wir tatsächlich mal das armenische Reich unter die Lupe. Auch das haben wahrscheinlich wenige gemacht, womit man es, glaube ich, eher erkennt als die anderen Dinge, die ich vorgestellt habe. Und zwar können wir hier mit zum Beispiel dieser einen Garage anfangen oder tatsächlich einen von den Georgischen. Müssen wir uns halt nur mit armenisch sozusagen mischen oder mit diesem etwas größeren Grafen, wenn ihr gerade etwas, naja, noch am Anfang seid und nicht ganz so eine Herausforderung haben wollt. Oder mit diesem Herzog hier. Ihr seht, wir haben hier einige Auswahlmöglichkeiten, um eben irgendwo armenisch voranzubringen. Was bringt das armenisch? Da haben wir nämlich folgende Optionen. Neben der Entscheidung, die ich euch gleich noch zeigen werde, haben wir einfach schon mal eine interessante Religion, und zwar apostolisch, die tatsächlich schon direkt das Bilderverbot für uns bereithält. Wenn wir hier einmal draufklicken, müssten nur noch Laienpriester einsetzen, sodass wir das auch nutzen können. Das heißt, damit könnt ihr schon sehr gut arbeiten. Ihr seht auch hier oben in der Grafschaft, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, haben wir auch schon eine heilige Stätte, wodurch ihr hier direkt ein Großtempel bauen könnt und eine Großkathedrale bauen könnt. Diese Großkathedrale ist natürlich sehr stark, gibt einen großen Vorteil. Ihr seid auch schon feudalisiert, was das Ganze natürlich etwas einfacher macht. Deswegen nicht der schwerste Staat ist, aber doch ein ganz schöner Staat ist. Dann könnt ihr natürlich als Großziel eben das Byzantinische Reich zerstören und das Arabische Reich zerstören, um eben diese verschiedenen Optionen zu kriegen. Ihr seht, die ganzen Heiligenstädte sind alle in der Nähe. Das an sich ist schon mal eine coole Sache. Ich gehe mal gleich darauf ein, warum ich sage, man könnte es sogar noch spannender machen, wenn ihr eine richtige Herausforderung sucht. Aber erstmal gehen wir auf die Entscheidung ein. Und zwar könnte das Großarmenische Reich wiederbeleben. Dafür müssen wir aber eigentlich gar nicht so viel machen. Wir müssen die Regionen das ehemalige Großarmenien kontrollieren. Alle anderen Königreiche, die hier oben stehen, werden dann de jure zu diesem Reich gehören. Ihr seht, das wäre dann unsere Aufgabe, dieses Reich herausholen. Ist nicht zu viel, deswegen eine ganz angenehme Herausforderung. Nicht so krass wie jetzt die Guriden zum Beispiel. Aber dann müssen wir auf jeden Fall euch mit zwei großen Reichen anlegen, was das Ganze halt doch dann herausfordernd macht. Und dann würdet ihr de jure von Dalam und so weiter, Syrien und allen anderen Königreichen tatsächlich Titel beanspruchen können. Und damit ein schönes Großreich gründen. Das Ganze wäre aber jetzt ja noch nicht spannend genug. Wenn ihr nicht nur eine extra Herausforderung haben wollt, dann geht ihr natürlich noch einen Schritt weiter. Statt um die beiden großen Reiche, die ja oft auch auseinanderfallen, zu zerstören, könnt ihr jetzt dann noch eine Religion gründen, die natürlich hier in dem Bereich vorkommt. Ihr müsstet dann das byzantinische Reich noch mehr zerstören und könntet dann eben die klassische Religion, die hier herrscht, oder nicht mehr herrscht eher, wiederbeleben, nicht den Hellenismus. Haben wir wahrscheinlich schon alle immer gehört, ist aber gerade mit deren Kombination von Armenien sehr spannend. Ihr seht nämlich, unsere heiligen Städte wären dann Richtung byzantinisches Reich, also Athen und Ägypten, Tunesien und auch Rom. Warum das natürlich ganz spannend ist, wenn ihr mal schaut, ist es auch deswegen, weil ihr dann das heilige, nicht das heilige römische Reich, sondern die römische Republik, also die römische, antike römische Reich wiederbeleben könnt. Was auch eben eine Herausforderung ist, außer müsst ihr dann den Hellenismus noch reformieren, was ihr aber ohne Probleme hinkriegen könntet. Müsstet also erstmal zu diesem Glauben konvertieren, was wie ihr sehen könnt, momentan 800.000 kosten würde, aber eben eine sehr nette Herausforderung darstellen würde. Zeigt mal, dass ihr das gebacken bekommt und dann könnt ihr, wie gesagt, die Herausforderung aus der Asche, das römische Reich wiederherstellen machen. Da werdet ihr eh die Gebiete brauchen von Tunesien und eben auch von Byzanz und von Ägypten. Nur dann könnt ihr diese Entscheidung überhaupt treffen. Wir müssen noch viele andere Bedingungen dafür machen. Da lasse ich euch aber mal selber so ein bisschen da stehen. Ich kann nur sagen, die Hellenismus schon mal zu haben, plus halt Rom, ist schon mal ein guter Anfang. Dann solltet ihr am besten noch irgendwie eine römische Kultur vermischt haben. Das kann man ja auch machen, indem wir hier hingehen und hier halt diese romanische Herkunft herstellen. Das ist dann, alles andere ist dann tatsächlich euch überlassen, wie ihr das angehen wollt und wie groß ihr dabei werden wollt und wie mächtig ihr werden wollt. Er ergänzt sich aber sehr schön, finde ich persönlich, mit diesem armenischen Playthrough, wo ihr erstmal das Reich gründet und dann wirklich komplett hier ausrastet und Hellenismus gründet oder schon vorher Hellenismus gründet und dann eben diese Gebiete vom römischen Reich, also antiken römischen Reich, einnehmt. Außerdem wäre es wieder eine Hügel- und Berggeschichte oder ihr könntet euch halt mit Konstantinopel und den Gebieten auch eine richtig leckere Kultur zusammenbauen. Das sind eigentlich so fünf Stachpositionen. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Sachen. Wenn ihr noch mehr davon haben wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann gehen wir mal ein bisschen nach Spezialgebäuden, wo man sehr gut anfangen kann. Wir können mal danach gehen, was für Geländearten eine gute Herausforderung bieten und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinhauen, wie immer. Lasst auch gerne ein Liken, ein Abo da, das hilft mir sehr, das weiterzumachen. Wenn ihr mehr Content da haben wollt, dann kann ich euch das vorstellen. Wenn ihr solche Sachen schon mal gespielt sehen wollt, dann kommt gerne bei Twitch vorbei. Da werden wir auf jeden Fall einige von diesen Erfolgen machen. Es gibt auch noch immer einige mehr Herausforderungen, die auch bei Twitch schon dargestellt worden sind, wie nordische Erfolge oder sowas wie kuschitisches Reich gründen. Von daher findet ihr da alles Mögliche. Ansonsten schaut euch gerne die Tutorials an und versucht mal diese fünf Herausforderungen zu machen und erzählt mir mal von euren Erlebnissen, ob das denn alles so gut geklappt hat.